Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal, sofort und gleich. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator-Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Itemshop, sofort U gleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Bag drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen in den Itemshop vom 06.08.2019 und dann haben wir heute zwei neue Skins. Neue Skins. Was kommt da noch? Oh, ne Picke. Geil. Also Leute, by the way, wir haben diese Skins nicht auf der Map gefunden. Ja, leider. Bedeutet, ja, genau, leider. So, Magma für 700 V-Bags, mega geil, 9 von 10. Hat er gleich mir geschenkt, ich gebe dir wie immer 11 von 10 Punkte. 4,47 von 5 bei 5,47 wurde es am 29. März 2019 im Shop gewesen. Seitdem 6x und 120 Reminders. Aber klick wenigstens nochmal durch. Durch die Modelle. Natürlich. Boah. Ist schon F-C, ne? Böööööö. Dann kommen wir zu Criss Cross. Criss Cross. Mega cool für 500 V-Bags das Teil. Kriegt von mir 9 von 10. Von mir auch. 4,04 von 5 bei 23 Vot. Zum ersten Mal am 3. März 2018 im Shop gewesen. Seitdem 6x und 54 Reminders. Dann kommen wir auch zum Auferweckt. Also zum Reanimated. Mega cool. 10 von 10. 10 von 10. Ja. Die kriegt da auch 10 von 10. Da haben wir den Roto von... Das ist nicht immer ein Thriller von Michael Jackson. 4,13 von 5 bei 40 Vot zum ersten Mal am 3. März 2018 schon konzipiert. Seitdem 23x und 45 Vot schwimmen lassen. Sag 4,13? Irgend so was, glaube ich. Okay, dann kommen wir zur Roten Verteidigerin. Die Rote Verteidigerin. Scarlet Defender. Scarlet Defender. Hat andere Styles jetzt inzwischen. Gehen wir da drauf. Und mit dem neuen Style finde ich die richtig schnuckelig. Ich gebe der 7 von 10. 8 von 10. 3,96 von 5 bei 83 Vot zum ersten Mal am 25. Februar 2018. Und wir sind seitdem 27x109 Reminders. Dann kommen wir zum Geist. Spectra erinnert mich an die Omega-Picke immer wieder. Ja, kriegt von mir 7 von 10. Aber die Omega-Picke ist noch cooler. 7 von 10. Von mir kriegt die 8 von 10. 3,83 von 5 bei 36 Vot zum ersten Mal am 30. Und seitdem 2018 im Shop gewesen. Seitdem 26x und 32 Reminders. Dann kommen wir zum Cloved Star. War das nicht dieser Ninja-Skin? Ja. Aber sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Und kriegt von mir 8 von 10. Und mir kriegt der 9 von 10. 3,82 von 5 bei 67 Vot zum ersten Mal am 24. September 2018 im Shop gewesen. Und hier sind wir 10x mit 62 Reminders. Dann kommen wir zu... So, dann kommen wir zu Mondaufgang. Sieht aus wie eine Batman-Picke. Wenn man sich das anguckt hier. Und das Teil kriegt auf jeden Fall von mir 8 von 10. Für 1200 Vibers. Bei diesen Schimmeljahren. Ja. Und das hier, oh. Hm? Wie viel? 8 von 10. Von mir kriegt der 8... Ach, also... Hm? Auch 8 von 10. 3,52 von 5 bei 23 Vot zum ersten Mal am 19. Oktober 2018 im Shop gewesen. Seitdem 8x und 26 Reminders. Dann kommen wir zum Stanktrum. Der ist mega geil. Kriegt von mir 10 von 10. Ich finde den richtig nice. 3,6 von 5 bei 65 Vot zum ersten Mal am 19. Oktober 2018 im Shop gewesen. Wir sind seitdem 8x und 80 Reminders. Dann kommen wir zu... Oh, da kommen wir schon zu... Also erstmal zu Rio Grande. Lass uns mal Rio Grande anschauen. Genau. Auch mal das Backpack dann. Den neuen Style auch. Oh. Ja, wobei... Also wie hier Fußballskin. Wobei, da muss ich sagen... Mit Hut finde ich... Der Hut gehört einfach dazu. Was ist da drauf? Zoom mal bitte ran. Sheriff... Sheriff Stern... Stern... Sheriff Stern... Ja, die klassische Tätowierung von den Skins. Finde ich, sieht aber echt eigentlich ganz nice aus. Hier und... Oh, mit einer Munition. Mit einer Munition dabei. Gut. Und in der Tasche wahrscheinlich hier Waffen. Unten ist noch irgendwie eine Map oder so. Karte, ja. Eine kleine Karte. Ja. Ok. Also kriegt von mir auf jeden Fall... Also dafür, dass es eigentlich auf dieser No-Skin basiert. Oder so kriegt sie von mir 7 von 10. Gar nicht No-Skin, ist dieser Fußballskin. Ja, aber kriegt von mir 7 von 10. Von mir kriegt es 2 Styles. 6 von 10. 4,33 von 5 bei 3 Worts und 3 Reminders. Gut, dann kommen wir zum Grenzläufer. Der Grenzläufer, den finde ich richtig cool. Richtig cooler Cowboyskin. Ja. Ihr find ich besser als dieser Desperator von damals. Definitiv. Zoom mal bitte an den ran und mach mal den Stil. So. Klick mal da drauf. Genau. So. Aber dann bleibt das nämlich auch mal stehen. So. Ja gut. Ohne Hut auch hier wieder. Find ich es auch wieder nicht so prickelnd. Mit Hut finde ich ihn viel, 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 viel cooler. Lass uns mal das Backpack nochmal anschauen. Ja. Oh, TNT. Oh, oh. Das ist eine TNT-Tasche. Dynamite-Tasche. Dynamite, ja. Auf jeden Fall cool. Ja, der kriegt von mir auch 7 von 10. 7 von 10 von mir kriegt der auch 7 von 10. 5 von 5 bei 3 war zu 0 Reminders. Schade, dass wir den auf der Weltkrieg... So, wir kommen zum Langhorn. Ja, jetzt mach mal Werkzeuge-Effekt, bitte. Wie hört sich das an? Ja, stumpf. Dreh den mal ein bisschen, bitte. Weißt du eigentlich, dass ich so ein Teil früher, als ich Jugendlicher war, dass ich so ein Teil bei mir im Zimmer hatte? Natürlich. Ohne Cowboy nur. Natürlich wusste ich das. Also ich hatte selber mal so ein Schädel, der bei mir im Zimmer an der Wand hängen. Ich fand das mega cool. Ja, ja, gleichfalls natürlich weiß ich das. Klar, weiß ich ja. Wenn du als Jugendlicher warst, stand bestimmt hinter dir in deinem Zimmer. Nein, dann weiß es ja sein können, dass ich das schon mal erzählt habe. Nee. Nein, ich hab mal so ein Teil, hab ich mal bei mir früher im Zimmer gehabt. Fand ich gut. Und weißt du, wer mir das geschenkt hat? Ja. So, meine Oma. So, die hat das irgendwo auf dem Flohmarkt gekauft und hat gedacht, ich könnte das cool finden. Und ich fand es sogar gar nicht mal schlecht, als sie da plötzlich mir so, guck mal hier, guck mal da. Und dann hab ich mir so ein Zimmer gehabt. Ich hätte gerne bestimmten Picken in Fortnite in echt. Hm? Ich hätte gerne bestimmten Picken von Fortnite in echt. Ich hätte gerne bestimmten Picken in Fortnite, was? Sprachen lernen Bubble. Was? Ich hätte gerne bestimmte Picken von Fortnite in echt. Ja, ich auch. Könnte ich jetzt mal zu dir kommen? Nein, du meinst jetzt diese komische Creature-Picke. Das war mir schon klar, dass du die meinst. Nee, also von mir kriegt dann dementsprechend, weil da kommen wieder Erinnerungen hoch in mir, kriegt auf jeden Fall von mir ein 8, 9 von 10. Von mir auch. 4 von 5 bei einem Boot und 13 Reminders. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in den Kommentaren, abonniert den Kanal, use and support the creator, sofort löscht.tv. Bis dahin, haut rein und tschüss.